Der 1.6 DCI-Motor im neuen Renault Espace wird in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen angeboten. Zum einen mit einer Leistung von 96 kW und einem Turbolader und zum anderen mit 118 kW Leistung und der Twin Turbo Technologie. Beide Motoren realisieren mit modernster Technik niedrige Verbrauchswerte, ohne dass der Fahrspaß zu kurz kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017